Die Entstehung des Bewusstseins an dieser Schreckenskante, was das soll die Wirklichkeit sein, das ist ja wirklich wirklich und wenn das wirklich ist, dann ist das entsetzlich, dass wieder es sich entwirkligt. Es ist die gleiche Grenze wie die Grenze, was das soll der Vorgang und der Ort sein, an dem und wie Leben sich generiert und auswirft und dann dem Schicksal überlassen wird, um dann wieder in diesen Abort, Abys, Acheronta Hades zurückzukehren. Das kann ja wohl nicht wahr sein, auch wenn es nicht anders geht, als sich immer wahr machen zu müssen. Alltäglich, stündlich, minütlich, sekündlich.